ein ganz herzliches willkommen zurück zu blacktree gaming heute wieder den carsale simulator 23 folge zwölf wenn ich jetzt gerade richtig bin ja so folge zwölf wir haben in der nächsten folge richtig geld gemacht schaut vorbei folge elf haben wir den chevelle es baujahr 1969 verkauft 135.000 euro und selbstverständlich mit dabei ist der liebe juni auch wieder da ja wenn man eine rechnung bezahlen mit der tablette gehen noch mal zurück ins wort hier ist an menü die scheiß mehr als schneider keine autos mehr wo echt alle verhörern ist ja geil heißt mir gehen jetzt wenn man die nachbarschaft ich hätte mal so einen bock auf dem super oder so was da ist nichts spannendes da stehen wir bmw und man das ist arg viel finde ich war's nicht kaputt wir probieren es mal 20.000 das war zu viel meint ja natürlich dann ist ja war nicht so ein auf der messe gekauft mhm aktion was meinst weiß ich jetzt nicht also tschuldigung meint nicht so weil du das hast wir machen weiter also am anfang hast du gesagt du hörst nicht mehr auf mich ne oh toyota supra wo da links meine güle der da ja genau 70.000 2020 24.000 kilometer glatt fangen wir mal bei 70 an alter halt schon einfach krass hätte man gleich unten da gehen können jetzt da vorne noch ein pick up hat er auch noch nie oder von der stein normal ne mustang kauf mal mustang kauf mal kauf mal geschäftsauto egal was der große sind kauf hallo oma was willst du mit zum 32 45 ja mach mal 38 das ist glaube ich zu viel also zu wenig ja guck alter alter nein na 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 kauf mal in dem wo ist oma steht da ja da ist alt zu etwas gras als aber dann ist fertig oder dann nicht du bist doch der thema sagt ja also das muss wirklich schnell also für fünf aber mehr zeit für den bock nicht der fiat mini ja was mein links der wunderschöne aus nicht den bock die so hatten wir schon mal und die alle werden alle autos so alle vier ausgebilden nicht alle die da lamborghini 1000 8000 für 100 kauf halt den suv 20 ich fand es ja ein bisschen kack move gerade von hier warum jetzt warte den den jota supra oder den ford mustang weg zu schicken anstatt mit dem nach hause zu fahren jetzt muss ich ja schon sagen war ein kack move könnte nicht wieder hier ein unfall bauen eigentlich eigentlich was eigentlich müsstest du doch das häuschen sehen weil du wirst automatisch also das essen zieht dich automatisch an ein eingeben eingebung weil sie was fehlt die versetzung naja der ist schon richtig oder hat noch ein bisschen mit dem das ist eigentlich wenn ich das so an guck immer ja glaube ich schon und der super motor oder an machen und auf geht's er geht aber auch anders aber den noch tiefer machen er hat auch noch wenn wir den mustang behalten das hat das scheiß felgen passt schon warte mal waschen warte mal waschen warte mal waschen auch der rückfahrt muss aber an los nutzen jetzt verbrauchen wir nicht das sollen die leute haben das lädt sich wieder auf ja jaja 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 Der hat auch Nuss. Wie geht Nuss? Feierung. Alt, meine ich. Ist das jetzt in Ernst? Entschuldigung, wenn der da reinfährt, kann ich nicht so viel... Jo, wenn der da reinfährt, Alter, du bist schon mit 300 Sachen da über die Dinge brettert. Uh! Oh! Der rollt immer noch. Gibt's auch nicht. Der rollt auch. Muss mal bremsen. Alter, der hat aber auch ein bisschen Federung. Ich will nur ganz kurz sagen. So als Geschäftswagen in naher Zukunft. Welchen Mustang? Hm... Also, es ist so... Der Tofas Sahin... Den könnte man jetzt erstmal nehmen, so als... Anfangsgeschäftsauto. Also, zum Schluss kommt dann schon so ein... R8, Lambo, Ferrari... Mustang... in Frage. Porsche. Porsche. Oh je. Jo, komm, lass ihn doch gegen den Zaun fahren. Ist doch auch nicht schlimm. Hat der kaputt? Bestimmt. Oh Gott. Oh, da hat er aber Eier rein. Driftkit. Hat der. Und deswegen Eier, deshalb hat er da auch Eier. Kann das sein, dass wenn die Driftkit haben, lasst die dann immer so Eier? Ich glaube nicht alle. Ich glaube schon. Wobei... Ja, ich weiß nicht. Das sieht ein bisschen aus wie ein... Wie ein... Wort Kluger. Ich glaube nicht, der auch unterwegs ist. Wer? Wo muss der? Da. Schon flott. Schau mal aufs Auto-Panel jetzt. ABS. Ah, der hat gar kein Driftkit. Der ist einfach nur so. Ich will nur ganz kurz... Wollen wir den so lassen oder reparieren? Reparieren. Da war das Dästchen. Achso. Nee, reparieren nochmal. Nee, die haben kaputt gefahren. Ja? Merk ich selber. Ja. Motor aus vielleicht? Also, dass ich jetzt wieder zum Marschen gehe? Hm. Dann geht man damit nahe. Nee, fahr doch jetzt mit dem hin. Ah, der... Der Ding ist noch da, oder? Ja, stimmt. Nee, wobei... Nee, nee, ist schlauer. Nee. Aber nachher wahrscheinlich. Naja, sonst sind 10 Euro weg. So, äh... So, wir noch kurz kloppen gehen? Naja, mach mal. Übrigens... Hm. Ich glaube, ich hatte 1180 oder so. Boah. Ja, gut. Jetzt haben wir unsere Autos nachstehen. Ja, hatten wir ja davor schon auch schon mal, glaube ich. Aber es kommt halt drauf an, wie du klopst. Also, du... So, wie du klopst, ist manchmal schon falsch. Also... So, auf Autos draufhauen und so. Du kannst ja nicht mal einen richtigen Hammer heben. Hallo. So war gar nicht. Also, ich habe bisher mal Eistenkohle gemacht. In dem Frott. Ja, ja. Ja, ja. Entschuldigung. Jetzt pass auf, jetzt liegen da drei Kern rum, äh... Drei Kern rum, ja. Da liegt bestimmt noch immer ein Teil rum. Ich fühle mich wieder in der Guckemusik. Genau. In der Guckemusik in den Schrottlichtler. Also, ich tippe mal drauf, dass morgen entweder wieder Auktion ist oder Automarkt. Ja. Also, beide schon, ja. Das heißt, morgen früh müssen wir an die gucken, dass wir die Kern verkauft kriegen. Ich möchte dann die, wo jetzt dastehen, vielleicht einstellen. Dann können wir gleich morgen aufmachen. Dann kommen schon Leute, vielleicht, mit Glück. Alter, da bin ich aber auch echt froh, wenn du da nicht daneben wohnst. Mitten in der Wacht auch. Böhm, böhm, böhm. Ja. Guck, du klopfst nur auf einer Stelle und das ist falsch. Du musst um das Auto rum gehen, um die... Ja, wenn du Kraft hast, dann wirst du egal, wo du drauf tauchst. Aber wenn du die wertvollen Teile auch... Du hast keine Kraft und deswegen musst du halt überall umknüpfen. Ist klar. Einzelne gibt's auch mal an den Motor, aber nicht zu arg, sonst ist alles am Motor. Ja, aber dann ist alles. Ja. Da liegt noch irgendwo was rum. Onkel Titus. Hast du noch irgendwelche Teile? Nee. 1.320. So. Hab dich überwoten. Scheiße. Aber sie ist schon unsere Spielstelle, das ist ja wir. Ja, ja, ja. So. Ähm. Komm, dann stell schon mal den Supp rein. Äh, nee. Nicht den Supp. Den... Supprrrrr. 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 Also die Suppe. Ach. Was für das so geiles Bild? Ja, aber ich finde die roten Dinger, das sieht man bestimmt. Guck. Die roten Dinger. Ja. Jo. Ja. Oh, scheiße. Ich hab geschaut, wie lange du bist, wann du es merkst. Ich hab auch gesagt, du Siegel. Nee, nee, nee. Jo. Ja. Super. 1, 2, 3, 4. 2020. Sind aber 5, ne? Was? 5? 5 erst. Nicht 4. Wann? Also zählen? 2020 und... 24.000 Kilometer. 24.000 Kilometer. 240.000 Kilometer. 24.000 Kilometer. Sauschnell. Sauschnell. Sauschnellöl. Sauschnellöl. Ja, das geht. Probieren wir mal. Probieren, probieren. Geht lieber studieren. Fahr mal mit ihm nach Hause. Komm, wir fahren mit ihm nach Hause. Das ist jetzt den schlechtesten Karrenmensch, ne? Sorry, gell? Die Frage ist, ob wir mit dem... Ob wir mit... Nachher gleich nochmal ins Ding? Ne. Uh. Du kannst dann aber rechts rum fahren. Und dann komm ich... Dann fähr ich quasi länger, aber du kommst dann noch an der Tanke vorbei. Kannst noch waschen. Also eigentlich wäre ich ja bewusst dann gefahren, weil der erstens eh schon kaputt ist. Der... Der wird repariert. Gehen wir schlafen. Zwei. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Tag. Oh, da haben wir wieder zugucken. Den Tag machen wir jetzt heute. Oh. Schon wieder zugucken. Automarkt. Echt? Automarkt. Er ist opened. Und... Dann fahr jetzt noch bei der Tanke vorbei. Andere Richtung. Haben wir nach der erste Mal automatisch? Nein. Wir haben ja kein... Keine Kohle. So. Oh, ich denk mit. Super. Wenigstens... Ein... Einer Mal, ne? Hat's das so super gemacht. Ich glaub, das war auch das einzigste Mal in meinem Leben. Rote Bar. Uh. 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 Rote... Da. Was für Winde? Ist das kaputt gegangen? Ja. Nee, oder? Doch. Getriebe. Achse. Reifen. Aber nicht. Dach. Antenne. Lichter. Aber nicht. Nummernschild. Alles. Weg. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Ja, lass ihn schon mal so vorrollen. Ja, nicht. Hast du doch ein Motor... Ich auch nicht. Boah. Das ist ein Golf. Das ist ein Golf. Boah. Oh, ist das weg? Oh Mann. Den wurde ich jetzt klauen. Ich hoffe wirklich, dass es noch in dem Spiel kommt. Autos klauen. Wird auch voll geil. Ja, laut Entwickler-Ding gibt es dann noch so einen Schwarzmarkt oder sowas. Ja, Schwarz. So, wir können den eigentlich zurückschicken, oder so? Ja. Eigentlich fahren. Oder der muss noch in die Werkstatt. Weiß ich nicht. Jetzt jetzt schauen müssen, ob er vielleicht noch kaputt wäre. Nein, der muss noch in die Werkstatt. Der muss noch. Vielleicht ist er ja noch ganz. Komm, schneller. Komm, schneller. Komm, umsonst in die Werkstatt geschickt. Komm, schneller. Halt die Schnauze jetzt. Kann schauen. Aber ich glaube, das war jetzt das letzte Ding. So, Bahn fertig. Guck. Das sind meine wahrsagerischen, vorherseherischen Kräfte. Wie gesagt, sind schon ganz gut. Hab er hier noch? Oder war der? Der war schon. Wenn du ihn jetzt nicht noch kaputt fährst, dann ist alles super. Dann ist alles super. Super. Haha, ich verstanden wenig. Ich hab da ja super und so. Hahaha. Guck mal, wir sind so groß für das Auto. Oh, hast recht? Unsere Haare gucken oben raus. Das war doch auch in... 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 In irgendeinem Spiel war das doch auch so. Keine Ahnung. Ohne Ahnung. Ohne Ahnung. Ohne Ahnung. Ohne Ahnung. Und ich hab's noch sagen, die müssen noch repariert werden. Warte! Jo, 44, oh, der Unfallkurs steht, das war ja nix! Schon gleich wieder fertig, komm, zacki, zacki, komm, du könntest schon fertig sein! Oh, sie tasten anders belegen! Geht das? Was ist das eigentlich für ne Farbe? Oli, Brass, Gold, Silber, Grün, Gelb, Lila, oder was ist das? Komm, sag mal! Ist doch nett! Gold! 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 Guck mal, da ist ein Stuhl, ich glaub der ist neu, oder? Der? Nö! Eigentlich der, der andere! Der ist ja Gold! Ja, mit Eierreifen! Eila, die Reifen, die sind ja so hart! So wie die aussehen, sind die eben nicht hart! Ach, Reifendruck und so! Ja, ich tippe mal Eier darauf daheim, dass man auch so immer einen richtigen Klappen drauf machen muss! Nö! Mach auf! Tablet! Mach auf! Tablet! Hundebruch! Kamera! Zack! Kamera! Zack! 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 Hipsidy! Zack! BMW! Zack! Zack! Bam! Raum! Nö, ja! Roten Mustang! Ha, 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 ha! 50! Wieso schreibst du das da oben rein? Was denn? Off! Ha, 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 ha! 50! 50! Sportpreis, Alter, würde ich mir ja auch kaufen! Oh, nein! Erder, oder? Der, äh... Ja! M-hm! äh 35 35 natürlich 350 meine güte ich muss nachdenken warum wir verarschen oder was 92.000 kommt der geht dann nie hoch der ist arg hoch der mustang tablette kopf der tablette genau mal hier ins tab ding und dann da steht tablette einfach ein tuch der ist sauber bmw z 35 oder so drei jahre 30 schon mal gnädig du ja wenn sie produziert provozieren wird allerweise 5000 runter gegangen ok dann halt nicht hallo ich denke das ist gut ja guck verkaufen sie nicht hallo verkaufen 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 natürlich wurt sich da ein reisig ach so ja dann kann gut er macht es japan weg ist er komm doch durch super autokaufen ja komm auf ich will zum wagen komm mal waschen der ist der toyota super der ist natürlich wieder drei geworden wegen sandstürmen in der nacht wenn die leute ihn angetätschelt haben ach so bam ein xp ein xp ein xp ein xp ein xp ein xp das ist gar nicht mehr so weit weg gar nicht mehr so weit weg das sind noch hundert doch hey Autokaufen Leute komm auf wie ich mit dem Automat also wenn er bis 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 4 30 keiner mehr kommt oder will keinen mehr verkaufen dann dann was gehen wir zum Automat mit 128 da aus 553 Punt, Dollar oder Oronen wie bist du da drin? 35 10.000 mehr die die von 5 hier dann das pass des 85 Kundenburg So, manchmal ist es einfach ein Geschick, komm jetzt doch weiter. Ja, der ist gerade gekommen und ist dann wieder gegangen, weil er gehört, das Auto steht nicht mehr da. Ja, das Auto passt perfekt zu Ihnen, das sehe ich schon an Ihrer Gangart. Du bist fies. Bist du nicht? Komm zu und ab zum Auto. 245.000, das heißt, wir haben 30.000 wieder mehr wie gestern. Boah, wie geil. Dodge. Oh, Lamborghini. Bisschen kaputt, aber das macht mir scheißegal. 15. Schnäppchen. Bam. Neh mal. 18. Nein, nicht 18, erst mal 17, 5. So, komm. Wahrscheinlich kriegt man auch, dass ich sie hinbekomme. Bam. Also, Werkstatt, das geht nicht. Okay. Ich schau ja. Oh. Lamborghini. Oh. Oder wie heißt der? Katja. Lamborghini. Okay. Da sind wir noch die Hälfte, reicht noch nicht. Porsche? 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 Kaufen. Mach Schnäppchen. 185. Das ist zu viel. 188. 178.000. Alter. Ich hätte noch runter gehen sollen. Wir haben Porsche gekauft. Wir haben Porsche gekauft. So. Hier guck. Hier so ein. Da stehen die Hälfte. zwei Tofas Xahin. Die denn? Oder was? Das ist ein Tofas. Das ist unser Geschäftswagen. Bäh. Also, da steht hinter uns steht der und da vorne steht einer. Und der Dogichar. Also, den Charger würde ich den noch gerne kaufen. 13.000 Kilometer. 2.000. Knäppchen. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 1. Was ist unser Geschäftswagen Land? Nicht aus. Den fassen wir weg. Das ist unser Geschäftswagen. Mit dem fahren wir weg. Da fahren wir weg. superfic cidade cidade. 55.000 haben wir noch. Schnäppchen, machen wir mal 22.000. Ja. Der geht auch echt gut ab. So, was haben wir noch? 33? Fast nicht kaputt. Naja, dann können wir nicht mehr reparieren. Eben. Wenn du jetzt zurück gehst, ist das eh alles weg. Ja, eben. Versuchen wir mal noch. Wenn das nicht geht, dann lassen wir es, oder? Wahrscheinlich können wir nicht reparieren. Ja, knapp finde ich. Ja, einzig. Geht nicht. Dann lassen wir es, ja? Ja. Ab geht's, Abend nach Hause. Das Ding ist so geil. Und das mit noch so einem Allem. Ich finde, der geht schon richtig gut ab. Für so ein Auto. Ganz wichtig. Bremsen. Bremsen kann denn nicht. Fotobremsen. Ach so, die können wir jetzt ja gar nicht. Nee, kaum planen. Aber Fotos machen können wir schon mal, oder? Fotos machen? Ja, sieht man dann halt nicht, ne? Ach stimmt, das war ja wieder dunkel. Hätten wir ja gleich heim fahren können. Stimmt, hast recht. Ich hab ja nicht gesagt, dass wir zum Ding fahren müssen. Ich bin nicht schuld. Du bist schuld. Also gut, dann am nächsten Tag seht ihr, wie es weiter geht. Schaut gerne vorbei, lasst da, wo du ein Like da. Und kommentiert auch sehr gerne. Und ich will nur ganz kurz anmerken. Wir haben es geschafft. Wir haben ein Geschäftsauto. So. Ja, so ein Kacher. Aber wir haben einen Porsche. Hey, wir haben einen Porsche geholt. Wir haben einen Porsche. Wir haben einen Dodge Charger. Wir haben einen Budel. Einen Beetle. Einen Käfer. Der geht auch nochmal weg, wie warme Semmel. Wie warme Semmel geht der weg halt. Die Leute kaufen den. Also, nächste Folge. Unbedingt reinschauen. Auf jeden Fall. Ciao. Tschüss. Tschüss.